Hallo, mein Name ist Erik Kralefeld und ich bin Head of IT beim Formeninstitut für Management. Wir sind ein Weiterbildungsunternehmen für Fach- und Führungskräfte und veranstalten jährlich 1600 Seminare, Konferenzen und virtuelles Lernen mit über 20.000 Teilnehmern. Die Themengebiete sind dabei Pharma, gewerblicher Rechtsschutz, Softskill, Personal, Informationstechnologie, Rechtsthemen und Finanzthemen, zum Beispiel für Banken. Unsere Konferenzmenschen haben dabei die Aufgabe, aktuelle Themen zu eruieren und die passenden Referenten dazu zu finden. Diese sind Entscheidungsträger, teilweise auch aus politischen Ebenen. So hat beispielsweise Winfried Kretschmann und Günther Oettinger für uns auf Energietagung gesprochen. Wir haben insgesamt 100 Mitarbeiter, die normalerweise alle bei uns im Büro sind in Heidelberg. Wir haben bereits Mitarbeiter, die Homeoffice machen, aber nicht in diesem Umfang. Dabei war unsere Vorgehensweise immer, mit firmeneigenen Laptops unsere Homeoffice-Mitarbeiter auszustatten und dann per SSL-VPN-Client zu verbinden. Aufgrund der Pandemie hat sich unsere Geschäftsführung dazu entschlossen, unsere Belegschaft wöchentlich und hälftig ins Homeoffice zu entsenden. Dies war innerhalb einer Woche umzusetzen und so hätten wir mit der bisherigen Strategie 50 Laptops kaufen und einrichten müssen. Diese Menge hätten wir sowieso nicht bekommen, da der Markt ja total leergefegt war. In Erinnerung hatte ich, dass unser Security Partner Join, mit dem wir seit fast 23 Jahren als unser Trusted Advisor im Bereich Security Zusammenarbeiten Lösungen im Angebot haben. Nach einem kurzen Telefongespräch hat Join uns die Secure Mobile Access-Lösung der Firma SonicWall empfohlen und wirkt das Datenblätter und weitere Infos zugesendet. Die Entscheidung fiel dann innerhalb eines Tages und nach zwei Tagen war die Appliance SMA500 konfiguriert und installiert. Die Verwendung der Lösung für unsere Anwender ist sehr einfach. Uns bedurfte nur eine kurze Einweisung für die Administration. Unsere User sind begeistert, in welcher kurzer Zeit die IT-Abteilung das gestemmt hat und die Anforderungen insbesondere auf Security und Performance umgesetzt hat. Diese Komplimente gebe ich gerne an Join weiter und natürlich auch an SonicWall. Wir erfahren täglich neue Einstellungen mit der Appliance und ich freue mich auf die Zeit, wo alles wieder seinen gewohnten Gang geht, um die Zeit haben, die kompletten Möglichkeiten mit Join zu erarbeiten. Danke nochmals für die schnelle Lösung, die unser Business am Laufen gehalten hat. Bleibt alle gesund!